einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde hier ist wieder euer jan und euer oldie von immer am limit und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil 6 freut mich dass du da draußen wieder mit dabei bist genauso wie der jan hier an meiner seite in form der helena hallöchen jan hallöchen oldie hallöchen zusammen wir wollen jetzt simmons fangen so sieht es aus so sieht aus also schnell hinterher mal sehen was der auch uns hilfreich sein kann mal gucken oder ist noch mal schön blutzeug hier ja bestimmt war auf jeden fall munition hier ohne ende unser ziel ist simmons er war es schon immer kommen wir uns später jetzt geht es einzig und allein um simmons das grüne zeug nicht mehr nehmen hier ist noch grünzeug hast du schon genommen war grünzeug so viele moni jetzt hier ich habe 15 schuss magnum ja ich auch schön am nachladen in weltmeister nachladen dass er hier wieder voll gepackt sind aus der hals darf nee ja eigentlich schon aber ich kann nichts mehr aufnehmen ok gut dann gehen wir erst mal weiter so wo sind wir jetzt hier los hier lang sofort los zurück los hier lang vorwärts 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 hier bist du hier ist auf jeden fall ein riesen gebäude oh ja helena hier drüben voll ignorant die rand man kennt ihn muss auch mal sein ein bisschen wach werden genau jetzt geht's ab das kommt aber unerwartet nein halt agent birkin perfektes timing seien sie so nett und nehmen sie die beiden fest sie sagen sie stecken hinter dem terrorangriff stimmt das was laufen die herum und reiben es jedem unter die nase der zuhört antworten sie es dient dem schutz der vereinigten staaten und der globalen sicherheit wie soll die ermordung des präsidenten gut für das land sein der präsident der präsident ist tot tja dafür können wir uns bei leon bedanken fahren sie zu helle simmons beseitigt sie oh oh krass aber cool da können wir noch gebrauchen sie müssen vorsichtig werdet ihr zweiter Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Verwägung! Hi. Hm? Warnen Sie die Männer draußen. Oh, wer kommt denn da? Ich glaube, er hat jetzt auch den Virus intus. Ah, ja. Coole Sache. Hm. Oh, jetzt muss er bestimmt ducken und so ein Scheiß alles. Ja, geht ja auch los unten, glaube ich. Ich werde noch kurz die Waffe wechseln. Hä, hä. Wir auf. Oh, jetzt munich so nochmal. Krass. Oh, hier Pflanze. Hab ich. Ja, ich aber noch nicht. Ich kann die nicht aufnehmen. Ach, wieder zu viel Munition dabei. Das ist der Gegenstandsflot. Ah, kannst leider nicht aufnehmen. Oh, hier war noch eine Pflanze. Glaube ich. Hier war irgendwas gerade grün. Oder? Leon! Ja, komm ja schon. Leon! Leon! Ja, und nun. Ah ja. Ah ja. Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Warp. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons? Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Ja? Oh, er wurde jetzt auch so ein Monster, wa? Wie kann sie mir das antun? Wie kann sie mir das antun? Wahnsinn. Wahnsinn. Siebelzahntiger oder sowas. Keine Ahnung. Fuß, zurück! Wir sind zu nah dran, weg hier! Basta! Bringen wir ihn ab, solange wir noch können! Verdammt sein! Alle beide! Ich erledige sie mit Bloss! Okay, wir werden erst mal abhauen. Mist! Verschlossen! Du musst hier hoch, wa? Irgendwie. Ich glaube, hier komme ich rauf, sagt er immer. Ach, hier. Ich geh hoch. Ja. Ist zu schnell! Wir müssen uns weiter ins Land haben! Ist da ein Mann? Ich werde sie töten! Das verwandelt sich wieder. Leon, helfen Sie mir! Ich glaube, ich komme da raus! Verstanden! Wo bist du denn? Ich bin hier hoch in der Rinne. Kannst du nicht an der Tür irgendwo auch... Jetzt ist er unten. Jetzt ist er unten. Ich bin hier... Sag, ich bin auch oben. Jetzt bin ich unten. Ist da ein Mann? Okay, jetzt ist er erst wieder ein Vieh. Oh, er ist bei mir! Ich muss gerade irgendwas machen! Ja! Jetzt kommt er hoch! Jetzt ist er oben! Ja, jetzt bin ich kürze dann oben wieder. Okay, warte, soll ich dich hochschmeißen? Ja! Ja! Sauber! Oh, jetzt... Das war doch gut! Ich habe mit dem Magnumfeuer bearbeitet. Oh, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, super. Alter, der wird ja immer größer, der Psi. Ich will zu ihm! Runterfassst du! Ich lecke ihn ab! Ja, du musst... Ich probier ablenken oder so. Ja, ich... Leon, hier rüber! Zack! Alter! Was ist das denn, ey? Ich schieße es, Hammer! Jetzt schießt er viel so, ja? Okay. Okay, das will ich auf den Kopf schießen, oder? Am besten noch, wohin darf er stecken, wenn der schießt. Oh, jetzt kommt er hin. Oder? Ja. Ah, der Kopf, was? Sehr gut. Sehr gut, Digga. Musst du gerade wieder so ein Quick-Time-Event machen? Hast du das auch eher? Ja, ich auch. Okay. Achtung, Zug. Oh, was? Oh! Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ja, das ist entspannt. Freunde, ihr wisst Bescheid, wollen wir nicht sagen, weil wir voll drin sind. Richtig. Alter. Krank. Geil. Nice. Nice. Back here. Nein, meine Familie hat mich verertet. Hammer, Alter. Geile Cutscene auf jeden Fall. Hammer gemacht. Richtig nice. Oh, wir waren erstmal baden. Wunderbar. Ja, sind da. Ich glaube nicht. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Warum glaubst du das nicht? Weiß auch nicht. Hey, Sie! Ordnen Sie sich ein! Ja, ganz klar. Dann wäre das Spiel vorbei. Ah ja. Warum evakuieren wir? Wer redet denn da, Mensch? Noch nicht. Was ist das vorbei? Ja. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ordet sie bei einem Unterwasserölfeld. Etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal. Der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen. Es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle Sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt werden alle zu Zombies. Ich glaube, jetzt werden alle zu Zombies. Ich glaube, jetzt werden alle zu Zombies. Oder? Was sagst du? Auch schon. Oh mein Gott, ey. Heftig. Oh mein Gott, ey. Heftig. Die wollen doch nur spielen, Freunde. Die wollen doch nur spielen. Da gibt es erstmal wieder Punkte. Nice. Ging ja flott, ne? Aber wirklich. Ich habe weitergemacht. Ja. Okay, und jetzt können wir hier wieder an ein paar Sachen. Oh, ich habe 28.850. Nicht schlecht. So, was wollte ich denn letztens eigentlich? Mehr Gegenstände? Ne, was waren das? Ja doch, mehr Gegenstände wäre eigentlich nicht schlecht. Ich nehme von kritischer Treffer 3. Hast du so viel Kohle? 51.950 habe ich. Wieso hast du so viel? Oh, keine Ahnung. Zack. Ich habe nur 28. Hast du wieder irgendwann gelootet, ne? Und mir nie Bescheid gesagt. Ja, ich merke schon. Ah, ja. Ah, ja. Das kennen wir immer. Na, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Immer wenn, natürlich. Jan ist da. Ja. So, ich muss mal kurz gucken. Durchstöbern. Alles nachladen. Letzter Schuss. Befreiungstechnik. Schneller Erholung. Mehr Gegenstände. Wo war denn das? Mehr Munition? Ne. War denn mehr Gegenstände? Wo hatten wir denn das? Das muss irgendwo bei mehr sein eigentlich. Ja. Mehr Gegenstände. Ja, aber da kann man nicht weiter aufrüsten, glaube ich. Befreiungstechnik, muss ich nochmal gucken. Befreiungstechnik. Schneller Erholung. Das hatte ich damals gekauft, ne? Ja. Ja. Schade. Okay, gut. Dann ist es so. Dann sammle ich halt noch. Und wir machen weiter. Mal sehen, wie es weitergeht. Bist du fertig? Äh, ja. Jetzt. So, wir sind jetzt in der zombieverseuchten Stadt. Mhm. Wir müssen da wohl raus. Leon! Leon! Alles klar! Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Wesker? Wie, Wesker? Weskers Sohn. Ah! Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Okay. Roger. Das war das Biest, was wir gerade bekämpft haben. Das war der Sohn von Wesker, oder was? Äh, nee. Der Sohn von Wesker ist der, der mit der anderen Tusi, glaube ich, unterwegs ist. Ach, dieser Jake? Ja. Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Okay. Ich wurde nicht aufgepasst hier. Echo an HQ, hören Sie mich! HQ an Echo, Bericht! Hey! Was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Ist ja gut! Wir müssen weg! Ist ja gut! Es scheint dasselbe Gas wie in Saunhox zu sein. Tachi, versinken! Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Ach, viel Spaß! Wir wollen helfen! Einen wollen wir nicht! Okay, die werden jetzt alle zu Zombies, alles klar. Hier lang! Bleiben Sie weg vom Gas! Klar, keine Sorge! Naja. Wir machen einen Weg zum Tor! Hör doch! Hör doch! Hier lang! Hier drüben! Das Gas kommt da, oder? Ja, wir müssen hier rein. Oh, da ist wieder was Blaues, habe ich gerade schon gesehen. So ein Adlerding hier. Wie ist es da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen! Und das ist noch harmlos ausgedrückt! Wir sind auf dem Platz vor, um nach dem Doppelboden zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft! Warte mal, war da nicht genau um die Ziele? Wir müssen los! Ja. Wollen wir mal ein bisschen wegklatschen hier? Wollen wir mal ein bisschen wegklatschen? Los jetzt! Ich mach das! Los, los! Ich mach das! Wollen wir mal ein bisschen wegklatschen hier? Gleich vor der Tür! Los! So! Wollen wir mal ein bisschen wegklatschen? Ja, wir wegkelt! Warte mal! Nein! Ah, ich muss... Oh, ich bin da. Kommen alle von hinten jetzt. Ah ja, er hat sich geopfert für uns. Oh Gott. Ab ins Auto. Jawoll. Wo kommt die ganze Asche her? Vermutlich von der Rakete. Ganz schön wie Qualm unterwegs. Ja. Riesenauto auf jeden Fall. Schöner Sonntagspazierfahrt. Ja. Das ist schlimm. Wir sehen auf der Linken ein Zombie. Und auf der Rechten ein Zombie. Vorne Zombies. Und hinten. So bleibt doch einfach mal stehen. Zombies. Das ist wirklich wie eine Kaffeefahrt hier, ne? Ja wirklich. Sag mal, hast du hier? Nö. Wie nah der am Lenkrad sitzt, ey. Nein! Nicht! Weg! Hör! Hör! Oh ja. Mist! Das Gaspedal ist rechts. Ja. Licht in der Mitte. Das ist doch gut. Kontrollpunkt. Ich fahre zurück. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben da draußen. Folge ist schon wieder vorbei. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet am besten in die nächste Folge wieder rein. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch fürs Einschalten bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung und einen Daumen da. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und wir machen mehr davon. Ja, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Immer schön lecker bleiben. Und... Tschüss! Tschüssing! Tschüss! 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 Tschüss!